In einer Zeitung habe ich folgenden Text entdeckt. Wenn du ein Student wärst und hättest zufällig die Fragen des Schlussexamens erfahren, du würdest dich glücklich schätzen und die Antworten gründlich studieren. Das Leben ist eine Prüfung und am Ende ist auch da ein Examen zu bestehen. Aber die unendliche Liebe Gottes hat den Menschen schon gesagt, welches die Fragen sein werden. Nämlich, ich hatte Hunger und du gabst mir zu essen. Ich hatte Durst und du gabst mir zu trinken. Die Werke der Barmherzigkeit werden der Examenstoff sein. Jene Werke, in denen Gott sieht, ob man ihn wirklich geliebt hat, ob man ihm Bruder oder Schwester war. In diesen Tagen feiern wir den Martinstag. Ein Fest nicht nur für Kinder, die mit ihren Laternen durch die Straßen ziehen. St. Martin hat den Mantel mit dem Bettler geteilt. Er ist für uns alle das leuchtende Vorbild für geschwisterliche Liebe. Und eines steht fest. Die Liebe wird entscheiden, welchen Weg unsere Kirche und unsere Gesellschaft in der Zukunft gehen werden. Die Medien berichten uns jeden Tag das Gegenteil. Krieg und Elend und Zerstörung fast in allen Ländern der Erde. Immer mehr Menschen, darunter viele Kinder, sind täglich auf der Flucht. Ihre Heimat ist kaputt. Aber es nützt nichts, die schreckliche Not unter den Menschen nur zu beklagen. Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, zu handeln. Ich zitiere in diesem Anliegen gerne den heiligen Don Bosco, den Ordensgründer der Salesianer. Unser Bischof Stefan gehört zu diesem Orden. Don Bosco ruft uns zu, das Herz im Himmel, das Füß auf der Erde. Lassen wir uns durch nichts und durch niemanden den Blick zum Himmel verstellen. Ich bin mir sicher, Gott geht alle unsere Wege mit durchs Leben. Wovor sollten wir denn Angst haben? Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Ich wünsche Ihnen einen Apk přischungsd 삶.